Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybersoft. Ich hatte im letzten oder vorletzten Video angekündigt, wir machen ein kleines Gewinnspiel, weil wir jetzt die 400 Abonnentenmarke geknackt haben und heute soll es mal um dieses Gewinnspiel gehen. Ja, was gibt es erstmal zu gewinnen? Das erstmal vorn weg. Es gibt bei uns einen Webhosting-Account zu gewinnen inklusive einer einjährigen DE-Domain. Das bedeutet, wir verlosen eine DE-Domain nach dem Namen nach Wahl sozusagen. Der Name muss natürlich noch frei sein und darf keine Markenrechte von anderen verletzen. Dann gibt es einmal ein 5 GB Webspace-Paket bei uns auf dem Server. Da inbegriffen ist eine Traffic-Flatrate, also ihr könnt da so viele Besucher empfangen und wegschicken, wie ihr wollt. Ihr bekommt auch PHP, ihr bekommt MySQL, ihr bekommt FTP und ihr bekommt auch SSL. Das bedeutet ein Sicherheitszertifikat für SSL. Das ist alles mit drin. Wie gesagt, das Ganze ein Jahr und das gibt es ab diesem Video hier zu verlosen. Ja, wer kann nun alles mit daran teilnehmen? Teilnehmen können natürlich alle, die wollen und der ihren Erziehungsberechtigten das quasi erlauben. Also natürlich Teilnahme am 18 und alle, die unter 18 sind, können da natürlich auch mit teilnehmen, wenn die entsprechenden Eltern das Ganze hier erlaubt haben. Was müsst ihr nun dafür tun? Ihr müsst dafür erstmal ein kleines Rätsel lösen und dann das Lösungswort an unsere E-Mail-Adresse kontakt-at-cybersoft.com schicken. Wie ist das Rätsel? Das Rätsel ist wie folgt. Welches Spiel haben wir ganz am Anfang unserer YouTube-Karriere, nenne ich es mal Let's Played. Den Namen des Spiels bitte einmal als E-Mail und zwar an kontakt-at-cybersoft.com und als Betreff macht ihr einfach Gewinnspiel. Ich werde das Ganze hier eine Woche laufen lassen, also ab heute. Heute ist der 8. Dezember. Das Ganze läuft also hier eine Woche und dann werden wir die, die da mitgemacht haben, auf so kleine Zettelchen schreiben und dann einfach die ganze Sache auslosen. Natürlich auch mit einem Video. Ich hoffe, ich habe da einigen Leuten hier eine kleine Freude gemacht. Wie gesagt, ein Jahr gibt es das Paket bei uns und dann nach dem Jahr müssen wir mal sehen, vielleicht verlängern wir es sogar noch. Müssen wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich auch viel Glück bei dem Gewinnen. Ich freue mich auf die Einsendungen und das war es auch dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.